260 Liegenschaften mit 9.050 Wohnungen hat die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft im Stadtgebiet Dessau-Roslau zu betreuen. Seit 2011 schreibt der Gesetzgeber vor, dass alle Wasserleitungen bei Vermietern von Wohnungen auch auf Legionellen untersucht werden müssen. Seitdem häufen sich die Meldungen über Legionellenbefall. Nun hat es auch die DWG getroffen und drei Wohnblöcke, deren Standorte das Unternehmen geheim halten möchte, sind von den Bakterien in sehr geringer Dosis betroffen. Erste Maßnahmen wurden eingeleitet und Mieter bereits informiert. Bis Ende dieses Jahres müssen alle Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland diese Untersuchung abgeschlossen haben. Und von daher haben wir diese Situation, wie wir sie festgestellt haben. Wir haben einen Befund in vielen Unternehmen auch, also groß in München, in Bernburg, in Halle. Also das ist ein deutschlandweites Thema, was durch die erstmalige Beprobung überhaupt ins Bewusstsein auch der Bevölkerung und der Mieter kommt. Wir sind in diesem Prüfungsprozess und haben drei Liegenschaften, wo Befunde festzustellen sind und wo wir aber auch schon die Mieter informiert haben, auch im Vorfeld schon im letzten Jahr über die Thematik, die auf sie zukommt und was das für Bedeutung hat, informiert haben ausführlich. Viele Meinungen über Legionellen sind im Umlauf. Einmal sind sie lebensbedrohlich, dann wiederum ungefährlich. Was aber sind Legionellen? Also Legionellen sind kleine Krankheitserreger, ich sage mal Viren, die eine Lungenentzündung auslösen können. Und sie werden über die Luft verbreitet, das heißt also über eine Aerosol, Klimaanlage oder eben beim Duschen. Gesetzlich vorgeschrieben müssen nunmehr die Wohnungsunternehmen bis Ende Dezember entsprechend die Trinkwasserverordnung einhalten und Liegenschaften prüfen. Bei der DWG sind bisher 40 Prozent untersucht. Die Schritte sind, die wir jetzt natürlich auch eingeleitet haben, ist auch nochmal eine Analyse. Was ist die Ursache für diese Legionellen Bildung auch? Und diese Ursachenanalyse wird dann entsprechend parallel durchgeführt. Wir werden dann als Sofortmaßnahme eine Desinfektion auch des Wassers durch das Erwärmen auf über 71 Grad für eine gewisse Zeitdauer auch in Abhängigkeit oder in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken durchführen. Und dann sind diese Keimbildungen dann abgetötet worden. Wichtig ist aber und darum auch das Thema der Ursachenanalyse und Abstellung von Maßnahmen für die Zukunft, dass sich so etwas nicht wieder bilden kann. Daraus ergeben sich dann gewisse, je nach individueller Situation, Handlungsnotwendigkeiten, die man dann feststellen muss. Und an diesem Analyseprozess sind wir noch. Aber wir haben den Mietern gesagt, längstenfalls drei Wochen gilt dieses sogenannte Duschverbot. Und in dieser Phase, denke ich mal, werden wir dann den Klärungsprozess auch abgeschlossen haben. Aber nicht nur die DWG hat mit den Bakterien zu kämpfen. Auch der Wohnungsverein ist mit dieser Thematik schon konfrontiert worden. Wir waren in der Beziehung eigentlich auch recht schnell und haben reagiert. Wir haben unsere legionellen Prüfungen eigentlich alle schon abgeschlossen. Und es ist eigentlich sehr gut verlaufen, weil, wie gesagt, wenn was in der Zeit in der Richtung passiert war, ist sofort reagiert worden. Das hängt mit vielen Maßnahmen zusammen. Es musste auch die DVV mit eingebunden werden, weil da mit Wärmeaustausch und sowas ging. Also das hängt nicht nur alleine mit der Geschichte in den Wohnungen drin. Aber da haben wir, also gut wie gar keine Probleme mehr. Das ist bei uns also fast abgeschlossen. DWG-Chefin Anja Passlack betonte, dass man nicht auf den Wasserkonsum in betroffenen Wohneinrichtungen verzichten müsse. Sie können sich auch noch weiterhin in der Badewanne waschen. Also das bedeutet nicht, dass alle jetzt hier ohne die mögliche tägliche Reinigung auskommen müssen. Das nicht. Also das heißt, die Nutzung des Warzers zu anderen Zwecken ist natürlich weiter möglich. Im Übrigen, die betroffenen Mieter werden durch die Wohnungsunternehmen im Falle eines Falles mit Aushängen in den Fluren informiert.